Hallo, mein Name ist Tobi. Ich mache hier Urlaub in der Finca Cambossa von Finca Jorca. Und ich wollte sagen, es ist wunderschön hier. Wir haben hier einen wunderschönen Urlaub mit meiner Familie und ich. Im Hintergrund kann man das Poolhaus sehen und den Pool. Ich stehe hier gerade auf einer Terrasse von einem der vier Schlafzimmer. Das Haus ist super ausgestattet. Man kann hier super wohnen. Man braucht sich um nichts kümmern. Und es ist wunderschön hier. Alles gepflegt. Super freundliche Leute. Hier ist noch der Carport, wo man seinen Wagen abstellen kann. Und ich würde hier immer wieder hinfahren. Preis-Leistung ist einfach sehr toll. Und man braucht sich hier wirklich um nichts Gedanken machen. Deswegen, man kann es einfach buchen. Vielleicht seid ihr auch mal hier. Viel Spaß. Tschau.